Du machst alle Menschen, die dich in der Fernsehserie sehen können, glücklich. Du bist ein richtiger Profi. Danke für das Kompliment. Ich möchte dich gerne um einen kleinen Gefallen bitten, Alice. Tut mir leid, aber ich hab jetzt keine Zeit für Autogramme. Oh nein, nein, ich will ja gar kein Autogramm von dir. Ich will etwas ganz anderes. Den Sternenkristall. Was ist da los? Ich will nur deinen Sternenkristall. Bami, schnell verwandle dich. Mach das Mondlicht. Mach auf. Mach das Mondlicht. 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 Oh, so ein schöner Kristall Das Licht ist ausgegangen Schade, das ist nicht, was ich suche Aufhören! Ich weiß nicht, wer du bist und wo du herkommst Aber du irrst dich, wenn du glaubst, Alice sie zugequälen zu können